Alles wunderbar. Yeah! Nein, 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 nein. Ich hab gerade mal eine Stellung gemacht! Hä? Wieso bist du nach links gelaufen? Oh, du hast einen riesen... Wie heißt das nochmal? Reißverschluss. Genau. Möchtest du den öffnen? Ich würde den gerne öffnen. Lass mich nicht ausziehen genug. Okay, ich will mir ein Reißverschluss-Ding machen, bitte. Nein! Wir sind ganz allein. Nein! Hilfe! Nur die Haie und das Wasser kann uns sehen. Gnu! Komm her! Nein! 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 Kleine, dunkle... Oh, kacke! Da kommt ein Hai! Egal. Easy. Wir spielen mal wieder Gangbeast. Nicht wundern, das sind drei verschiedene Aufnahmen, beziehungsweise vier, die ich alle zusammengeschnitten habe. Deswegen spielen wir mit Gnu und Maxi und teilweise dann nur mit Maxi. Aber falls ihr davon mehr sehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Komm her, komm, gib mir deinen Joghurt. Nein! Schneller auf ihn! Nein! Nein! Hau sie kaputt! Hilfe, nein! Lass mich! Ah! Ah! Nein! Ich hau sie kaputt! Weg damit! Das ist das falsche Grün! Ich bin farbenblind, es tut mir leid. Ihr seht mich nicht. Stimmt, du bist echt der Boden, sei der Boden. Nein! Nein! Ich hau sie einfach so fett! Nein! Nein! Du hast es geschafft! Fat auf, weil ich so zu freuen, dass ich tot bin. Geh mal jetzt. Alter, hörs. Ich hab nicht mal geschlagen. Du fehlst schon selbst in Ohnmacht. Ist das diese Altersschwäche von dir? Ja, bitte. Ja, bitte. Ich bin so... 3, 2. Ja. Zieh weiter. Zieh weiter, bitte. Maxi, was ist los mit dir? Ich kann ein Besser-Spam. Maxi, du bist nicht mehr der Alte. Der Junge, meinst du? Genau. Ich bin halt ein, was erwartet die Kinder. Veraltert, dann altert man in der Altersschwäche. Verstehst du, mein Junge? Verstanden. Das stimmt. Oh nein, Leute, könnt ihr mir bitte helfen? Bitte. Seid ehrenvoll, schafft ihr das? Warte, ich schau zu, lieber. Bitte helf mir. Gnu, das schafft. Bitte, mir ist kalt. Gnu, go, du schaffst das. Gnu, nein. Du schreit, hast du da unten gedreht. Hallo, Gnu? 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 Wer ist in meinem Tod? Gnu, es ist so kalt. Mit dem Arsch nach oben kommen will. Oh Gott. Jake. Jake. Come on, Jake. Komm her, Mule. Woo, Baby, ich habe gewonnen. Woo. Wiggle, wiggle, wiggle. Ich bin eine schlechtere Tomate. Das ist dein Puffu. Ich mache gar nicht. Ah, mein Gott. Das ist ein Boot. Das ist ein Boot. Da ist gerade ein Burger nach links geflogen. Mein Gott. Ich gucke einfach, ich gucke einfach dazu. Mein Burger fliegt. Puffu, ist das deinem Freund, dieses Tentakelmonster? Ja, aber normalerweise wartet das im Bett. Jetzt bin ich freiwillig. Ich gehe freiwillig warten, Leute. Keine Ahnung, was ihr macht, aber ich gehe zur Tentakel. Tschüss. Das kann ich erst. Ich will nicht. Ich muss schlafen. Ich warte, bis die Tentakel mich holen. Jedes Mal. Das ist das 3 von 3. Wisst ihr, wie ich mir gerade vorkomme? Wie in der Disco. Es sich... Was? Okay. Warum schwimmen da oben Euter? Mein Euter schwimmt da drin. Seht ihr es da oben? Ja, ich glaube, du hast recht. Wir sollten sie wirklich wegbringen. Das sind meine Euter. Nein. Das ist nicht mehr gesund. Nein. Nein. Es hat mich. Es hat mich. Meine Euter. Das sind auch nicht keine mehr. Ihr habt mich hier verkauft. Deswegen habe ich die Midlife Crisis. Weil was fehlt. Es fehlt einfach. Ich. Warum? Wie? Maxi. Wir haben Gnu verloren. Es ist so insane laut gerade. Hä? Was passiert mit dir? Was passiert? Ich weiß es nicht. Warte. Warst du gerade in den Optionen? Ich schau mal nach unten. Warte. Klar. Warte. Ich schau gleich. Okay, warte. Schau. Schau nach. Ich habe Höhen an. Schau nach, ob sie da ist. Du musst nachhucken. Ich bin kein Fliegerfuchs. Du hast einen Cape. Du kannst fliegen. Ja, du hast einen Rucksack. Du hast einen Fallschirm drin. Habe ich nicht. Du hast einen Fallschirm drin. Also, war ich ehrlich? Warte, ich guck mal. Lass mich gucken. Okay, du darfst. Wow. Du mit deinem Fußkrieg weg. Lass mein Füß in Ruhe. Ich bind dich fest. Immer schön ums Kabel rum. Nein. Warte mal. Darf ich mich nicht festhalten? Ja. So. Und jetzt? Ähm. Warum heißt das? Ich habe einen Schuss. Loser. Ich hatte einen Instant-Schwächeanfall einfach. Da durfte ich ja gar nichts machen. Und ich lebe mich mal zurück. Vielleicht so. Schieb mal weiter rein. Ja, bitte. Hab's verkackt. Du hast mich rausgeschoben. Entschuldigung. Blöder Dino. Du lebst seit Millionen Jahren. Und nicht mal das kannst du. Das passiert dem Besten. Das passiert dem Besten. Vertrau mir. Warte. Trust me, Bro. Komm her. Komm her. Mein Ohr. Komm her. Mein Ohr. Ah. Komm runter. Ich will nicht. Du musst. Du musst runter. Ich stehe auf dich. Jetzt nicht mehr. Ah. Ah. Bodyslam. What? Wie lange wir fliegen? Ah, schade. Ich will einfach nur hier weg. Ah. Das Fenster war nicht kaputt. Ich hab das in meinen Traum gesehen, dass du das liebst. Ja. Und ich wollte dir diesen Traum in Erfüllung springen. Ja. Okay. Deswegen hab ich hier dich zu einem Oktopus gebracht. Siehst du? Mhm. Sind die Tentakel nicht schön? Nimm mich mit, Tentakelmann. Hui. Ach, schade. Ich klebe hier. Nein, das war ein Junk. Das war ein Junk. Endlich wird dein Traum in Erfüllung gehen. Das ist nicht mein Traum. Genieße ihn. Ich hoffe, es gefällt dir. Mein Geschenk an dich. Komm her, Tentakel. Ich weh dich. What the fuck? Äh. Du tot? Ich lerne schwimmen. Warum? Ah. Wo denn? Nicht nach unten ziehen. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Ich liege es nicht wieder. Komm, Tentakel. Hier. Was ist dein Plan gerade? Super. Sag. Sag, Tentakelmann. Du bist der Beste. Du bist absolut der Held. Ich hab dich. Ich hab dich. Wir gehen nicht unter. Wir gehen nicht unter. Coole Sicht. Ich geh nicht unter. Ähm. Ähm. Frage, Frage. Ja, ja, ja. Was für eine Frage? Wie springt man da durch? Bis die Mitte. Okay. Hä? Nein. Ich mach mich doch einfach nur am Boden. Ich hab's geschafft. Was ist denn das für ein Scheiß gewesen? Du kannst dich da nicht hinlegen. Ja, aber ich dachte, ich komm durch. Fufu, lass sie. Ich helf ihr. Ja. Wobei, hilfst du ihr? Beim Durchschild kommen. Jetzt geh doch hoch. Ich bin doch oben. Ich bin doch oben. Ja, wir haben's geschafft. Also, Fufu? Und wer versucht, auf meinen Truck raufzukommen, wird sterben. Ah. Ich merke das. Die hübt einfach niemals. Okay, das war's. Fufu, fau hoch. Komm her. Das ist mein Truck. Ich mag grün viel mehr. Ah. Ah. Gerettet noch. Okay, das... Ah. Ah. Hey, Glu, hast du es geschafft? Uh. Was wird... Ah. Hallo. Uh. Schaffst du nicht. Uh. Ja, Glu, du schaffst das. Ja, Gott, nicht. Ha. Aua. Ich hab ein Achievement bekommen. Echt jetzt? Ja. Yes. Nein, ich verlobte. Yes. Und damit willkommen zu Gangbeast. Wow, man sieht so viel. Willkommen zu Gangbeast. Qualitativer Content. Ich will das nicht, das ist ja sauerhaft. Oh, wie hat das so schlecht geholfen? Holy moly. Von dem kleinen Ding da. Das ist ja sehr lächerlich. Das ist nicht klein. Nein. Was ist mit dem Ding? Das ist actually above average. Ja, doch, doch. Das ist falsch seitlich. Oh, nein. Oh, Wudo, you had one job. Nein. Nein. Guck, wie viel du sagst. Nein. Komm raus. Wir kommen hier raus. Ich komme hier nicht raus. Au. Ah, ist mir da. Ja, ja, ja. Ah, nicht. Warum mich? Ich bin kein Dino-Nagy. Nein. Ich bin kein Dino-Nagy. Nein. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ah. Mann. Ich komme nicht ruhe zur Wanne. Hilf mir auch. Der Hai will halt rein. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hätt' mir tun gesorgt. Wie der mich gefeschwabert hat. So drin, okay. Wie der mich eingestellt hat. Nicht so. Nicht so. Ich kann nicht machen. Ich denke. Wir schaffen es einfach. Ich, ich. Ich habe gerade. Hey, boi. Das war eine wilde Nacht hier. Also jetzt nochmal. Wir holen es runter und gehen rein. Ja. Ja, das mache ich auch immer. Ich hält mich ja so simpel an. Am Abend. Okay. Oh mein Gott. Ich enthalte mich hier. Ich bin China-Freundin. Okay, jetzt. China ist neu. Der hat Verzögerung. Der ist auf dem PIN 4000. Ja, 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 ja. Warte. Ja, ja, ja. Oh. Ich hab's gerade. Das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Stopp, 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 stopp. Wie kriege ich euch übers Wasser? Andere Seite, oder? Einfach hinten runter. Gleich, ja, ja. Aber. Links ein bisschen. Nein, nein, nein. Anderes links. Anderes links. Anderes links. Das ist beides. Anderes links. Ich hab zwei verschiedene Seiten gemacht. Anderes links. Warum will er nur da hin? Das macht keinen Sinn. Ich weiß ja auch nicht, was du da machst. Ja, 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 ja. Hi, hi, hi. Hi. Nein. 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 Ich halte mich fest. Ich halte mich fest. Ich halte mich fest. Oh mein Gott, der hat den. Du fliegst mit dem. Und jetzt geht man hoch. Ja. Ja. Nimmt man den hier. Geht seitlich. Okay. Äh, was ist hier los? Hoch. Okay, du musst hochziehen. Hoch. Einfach nur hoch. Ja, 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 es geht hoch. Der braucht nämlich ein bisschen. Der braucht nämlich ein bisschen. Genau. Der braucht immer nur ein bisschen, oder? Er geht wieder runter. Anderes links. Anderes links. Ja, er geht hoch. Dann loslassen, oder? Oh Gott. Ich hab's gleich. Okay? Ja, wir wollen Hai tauchen. Wir wollen Hai tauchen. Hi. Schlima, bitte. Der Hai schafft es. Oh mein Gott, ey. Ich kann wirklich. Oh Gott, ja. Wohin? Nein. Vertraut mir. Ja, ich seh uns, ich seh uns. Wir sind draußen. Nein. Oh shit. Oh Gott, Hilfe, nein. Leute, Hilfe. Hau mich am Arm. Nein. Oh Gott, nein. Nein, nein, nein. Hallo, Mexi. Oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hallo, ich kämpfe gerade zu Hai na. Wie geht's? Warte, komm mal her. Ich nimm dich. Hast du Probleme, oder? Alles gut bei dir gerade? Alles super. Hallo. Ey, wir haben's geschafft. Ich lebe wieder. Ich rieche Wasser, und ich spüre Wasser. An Stellen, wo kein Wasser sein sollte. Ich bin im Wasser. Titanic. Du machst das? Fufu kommt in der Zeit hoch. Hallo. Fre夜weillieiii. Ku hat mich einfach nur den Tod geschickt. Verräterin. Oh, sorry. Das wollte ich nicht. Ich wollte dich nochmal ins Wasser. Wenn du zuerst schirfst, dann gewinn ich. 3 Oh, sorry, das mache ich manchmal. Komm, wir tun den hier rein. Komm, wir tun den rein. Springt rein. Fufu, denk dran, der kapselt sich jetzt ab. Halt die Bretter fest, vielleicht? Ich hab sie beide. Haltet mich. Haltet mich. Oh, mein Körper ist so weh. Es tut so weh. Oh mein Gott. Mein Po. Ja, nee, sehr. Ah, zieht mich runter. Shit, ich weiß nicht, wie lange wir das halten können. Haben wir ein Limit? Jetzt zieh mal, Maxi. Ich hab zwei Halsbretter. Halsbretter. Oh, ich konnte nicht mehr halten. Ich hab euch... Oh nein. Ich komm hinterher. Lass sie vor den Zug schmeißen, hab ich gesagt. So. Das ist eine U-Bahn. Aber U-Bahn ist auch Zug. U-Bahn ist U-Bahn. Ja, du musst da reingehen. Aber du bist halt... Ah. Ja, ja, ja. Oh, nee, doch nicht. Jetzt ist runter. Jetzt ist runter, der Dinger. Ey. Warte, lass das so. Lass das so, ich spring dran. Es ist ab. Ich kacke ab. Fufu, zieh mich hoch, zieh mich hoch, zieh mich hoch, zieh mich hoch. Zieh mich hoch. Ich versuche. Ey, Fufu, ich bin tot. Oh, da hast du Freunde gefunden. Okay, jetzt nur noch runter, Fufu. Fufu. Das hat sich umgedreht. Ja, 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 jetzt runter, jetzt runter. Fufu, was machst du? Ja, runter, runter. Fufu, es ergibt keinen Sinn. Selbst jetzt geht's nicht. Alles gut, ich halt fest. Es geht runter. Hilfe, 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 Hilfe. Schaust du angeknabbert aus? Maul. Ey, können wir ihn behalten, den Hai? Ja, entscheidend. Das ist ein ganz lieber, ey. Irgendwann hätte er, irgendwann hätte er nämlich auch, oh. Er zieht dich, ja. Nein, nein, wir ziehen ihn. Oh, oh, wer kommt denn da? Hallo. Er kommt da angekrabbelt, so, hallo. Ist hier noch Platz für einen? Ich weiß nicht. Boah, der war cool gerade. Ey, ey. Ich, ich, ich will nicht. Ich komme gleich wieder, Fufu. Er hat mich ins Wasser geworfen und hat mich bloß gelassen. Hilf mir, Maxi. Ich bin gleich da. Maxi. Hilfe. Wie soll ich dir helfen? Hilfe, keine Ahnung. Oh. Hab dich noch, hab dich. Jetzt hab ich dich. Hab dich noch, Fufu. Alles gut. Äh, wenn die, oh, oh. Das war's. Oha, wie schnell ich unter Wasser gezogen wurde. Ich auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video.